herzlich willkommen zu einer neuen folge hunt showdown heute gibt es wieder eine folge in der wir coole kämpfe hatten spannende kämpfe und man sieht einfach immer mal wieder man braucht gar nicht viele gegner teams um intensive fights zu haben sondern es reichen ein paar wenige mit denen man sich gut betteln kann und wer da am schluss den kürzeren zieht und wer da als gewinner rausgeht das seht ihr jetzt in dieser folge ich wünsche euch ganz viel spaß zumal zur kirche gehen da kriegen wir wahrscheinlich 2 was willst du muss drei lidsch ist mit einem attack hat hat so ja 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 und ich das kann noch schnell hier bin jetzt einmal so schön dastehen wird das immer noch mieten oder was oder gehört hier ist eine laterne ich komme zu dir warum verprügelst du den schön warum verprügelst du den ne weil ich eigentlich den lidsch hat der eine der da noch rum ah ok ich verstehe machen wollte aber den hab ich nicht getroffen so komm weißt du noch eine latane hast eine habe ich verloren habe ich hier getroffen ja das ist gut ich habe meine genommen ok ja genau ja ich suche noch ich suche noch da ist noch eine wir sind auf hunter expo abend natürlich jetzt ja dauert halt ein bisschen du musst jetzt warten bis er neue auskackt schmeißt sie hier hin die laterne fünfmal genau dreimal habe ich jetzt schon geschafft jetzt noch einmal kackt nicht ins feuer hier sind so schrotz dumm dass wir jetzt tun wer da mietheit ok ja weil er zweimal noch ins feuer gelaufen ist ja ja ich werde sicherlich noch heute am zeit ja die haben normalfall noch after of leeches äh automite jetzt der fan davon bin ich überzeugt halt noch 65 armorts dann kann ich wenigstens prestigen ich mach den halt da ist noch ein armort da ist noch ein armort ja da hängt ein ah ja guck mal hier ist ein plakat von der von der band von hand ist aber neu ja 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 deswegen sag ich's ja coming to the side halt mega cool wenn da irgendwo wirklich ein live konzert wäre dass sie da ein konzert rein animieren ja oder halt dann zumindest so noch instrumente oder so da stehen weißt du und weil sie die sind halt auch gestorben jetzt in diesen dingen aber die instrumente stehen noch da oder was weiß ich ja ja ich habe nur eine latanne gesucht ja 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 ne hier ist noch eine laterne warte ich bring sie gleich Devin Trange ist der Boss Jetzt hat er gerade ausgepackt Ja, hier ist dann noch eine Er ist er Okay, interessant Okay Wo oder beim letzten Mal irgendwie das erst gar nicht gefehlt hat Okay, neidisch wird noch geschossen Wollen wir Richtung Bastille oder wollen wir noch warten? Ja, fast müssten warten Nur auf hier jemand vorbeikommt Okay Da vorne sind gerade Zombies gespawnt, theoretisch dürfte keiner hier sein. Was ist weiss? Ich hab mich zu zweit gemacht. Ich liege hinter diesen Strohballen da, ne? Vor dem Eingang. Oh! Oh! Da! Ich bin weg dahin noch! Hä? Ich hab's genau dahinter gesehen. Oh! 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 Ja, aber hier rufen wir Heilung. Wo? Okay. Wo, dein Spiel zweimal. Ja, ja, ja. Ich würde sagen, wir machen die Bows, dass du einen Button wieder kriegst. Ja. Ich würde den einen verbrennen. Ja, aber nicht den Black Code, ne? Weil, da würde ich dann die Bows in da noch nehmen. Achso, ja, deswegen wollte ich ihn verbrennen. Das potenziell... Ja, gut, dann verbrennen. Ne, egal, egal, egal. Oh, ich brauch Special Emu. Ich hab ne Gegengiftspitze gekriegt. Ich hab nehm die Bows in die Bows in der Gäste. Oh, ich hab nehm ich mich. Ich hab nehm dich, wie war ich hier. Aber ich habe nehmt den Bows. Ich weiß nicht, wie ein Schauss mit dem Trennen. Ich hab nehmt den Bows in die Bows in Schauss mit Schlügel. Ja, ich hab nehmt den Bows in Schauss mit dem Trennen. Hier ist ein Bloodline XP. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich werfe noch... okay Ich werfe noch einen Laterne Okay, ich habe vorbeigeschmissen Okay, sieh's Das macht weiß Okay Müsste mal hier die Axt vielleicht haben Die ich habe Ha? Oh, noch was Noch was Noch was Noch war ich Die haben ja auch dreimal Muni Na Spezial Muni fände ich immer noch super Die Laterne tue ich mal hier hoch Dass wir sie am Fall Wenn die hinten reinkommt, unterschmeißen können Ja, da kann man da hinten Dank dem Öl dicht machen Die ist nicht runtergefallen, oder? Die Heilung haben wir auch dreimal, glaube ich Wenn es nicht gewinnt, oder sogar dreimal Oh. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir haben nur noch, hast du an das Loch eine Bärenfalle gelegt? Welches Loch? Unten. Äh, nee. Das hätt ich nur hier oben an die Tür und unten an die Tür. Ich mach mal an das Loch einmal. Weil da kommen sie, glaube ich, einfacher rein. Ja, gut, wenn du noch Lightfoot hast, dann hören wir das nicht, ja. Überraschend wenig los, dafür, dass es Duos sind. Hm. Hm. Ja, vielleicht haben die sich alle halt schon weggefetzt. Ja, waren ja schon einige Schüsse zu hören. Oh. Ja, cool. Ja, okay. Ja. 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 Hier sind welche? Ja. 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 Hast du dich umgeguckt oder hast du dir nur wegen? Gehört hast? Ich hab's gehört, dass ich mir doch die Sekunde. ja nicht dass jetzt noch wanderser hier sind deswegen frage ich immer vorn guck mich mal um hier sind nur die zwei dahinten glaubt er hat eine crown king ich glaube auch wo ist das? ach da guten Tag da kann man durchwerfen, ist das dann? ja aber der kommt wieder, aber ich mach heute nicht lang ach hör doch auf ok da könnt ihr gerne Bescheid geben wenn ihr wollt ich habe übrigens da oben reingeworfen dass die hier direkt hinter gelandet ist also weiß ich nicht so dann werfe ich jetzt einfach raus hab einen andere hat mich gemacht, weiß nicht mit was terminus terminus hat hier ja 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 schön was wollen die denn es ist nur los mit hier manchmal ich will euch nur manchmal auch die chance lassen was sinnvolles zu machen das war gar keine grauen gegen das war die terminus der hier hat man schon romero gehen wir raus holen ja dann wechsel ich immer durch für munition falsche waffe falsche waffe so 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 Kommst du? Ja Bitte was? Hast du was gesagt? Nein Okay Können wir noch schön gucken, ob hier irgendwo eine Kasse rumsteht? Ja, wenn du den Panzer betriebst, ne? Ich hör irgendwo einen Da vorne ist einer Ja, das im Gebäude, oder? Ne, vorne, vorne Brauch ich nicht Das hätt ich die von dem anderen mitgenommen Ja, ich mach mal noch den da unten, dann geh ich zum Ausgang Oh, ich laufe jetzt einfach mal zurück Ich habe Prestigeesig beholt Kann ich? 25 Sekunden reicht es? Ach ja, war doch gar nicht mal so schlecht Das waren 2 Teams, ne? Ja 5? Ach, der eine wurde wieder aufgestellt Ach, schön Ja Schön Und das war es auch schon wieder mit der Folge Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat Wenn ihr habt, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hard Showdown sehen wollt Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare Und damit verabschiede ich mich Bis zum nächsten Mal Haut rein Das war es auch schon wieder mit der Runde in 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 der R